Cue Anand Trump, der kabbalistische, apokalyptische Colt. Da die meisten Cues sowieso zu feige sind, um das Video bis zum Schluss anzuschauen, werde ich Ihnen nur gerade sagen, was Sie jetzt verpassen. Und die sollen auch nicht kommentieren, wenn sie das Video nicht bis zum Schluss anschauen. Und müssen auch nicht ihre kabbalistische Mantras bringen mit Where we go, we go all, denn nein, wir werden da nicht alle hingehen. Cue Anand erwähnte nicht ein einziges Mal kabbal in seinen Drops, hat selber nie kabbal geschrieben, das werde ich euch zeigen gleich. Er zitiert nur Gerüchte. Cue hat nicht einmal sein erstes Versprechen, sein erster Drop ist nicht mal in Erfüllung gegangen. Also nur das sollte eigentlich für jeden schon mal klar sein, dass da nur Bullshit ist. Trump ist Freund mit Bill Gates, den Clinton, Epstein. Pro ist Pro-Impfung. Trump ist Pro-5G-Technologie, Wissenschaft und so weiter. Und Trump hat keine Macht über Amerika. Cue Anand ist ein Feind für die Wahrheit. Da die kommen und immer probieren über alle Videos, sogar meine Videos, wollen sie die ganze Zeit um das Video, das ich über die Weltordnung gemacht habe, wollten sie alle und sind wahrscheinlich auch die, die das wahrscheinlich dann geflaggt haben, dass es dann von YouTube auch runtergenommen ist, das ist jetzt das Deutsche. Und ihr solltet auch mal das Kult-Video anschauen, vielleicht würdet ihr auch merken, was genau dahinter ist, hinter dem Ganzen. Aber eben, kontrollierte Opposition, ja, das ist, was genau passiert bei allen kontrollierten Oppositionen, die wir schon über Jahre konfrontiert haben. Fanatische Anhänger des Q-Kanon-Kultus kommen mit ihren Mantras überall hin, um die Fakten zu zerstören und die Menschen mit ihrem kabbalistischen Ding zu erreichen. Sie haben auch einen Guru, den sie vielleicht selber noch nie mal gesehen haben, aber ich werde jetzt da nur gleich zeigen, dass Cue Anand noch nie die Kabbala wirklich selber exponiert hat. Also ihr könnt selber schauen, ja, gebt Kabbal ein und da steht Kabbal, aber das ist nicht er, der das gemacht hat, ja, das ist nicht sein Drop. Und er schreibt es nicht. Ihr könnt zu jedem gehen, wo Ding steht, er hat nie Kabbala selber geschrieben. Nie. Keinem Drop, nie. Ja, schaut selber nach, ja. Er nimmt immer andere, die denken, dass Cue Kabbala exponiert, aber er selber hat noch nie in einem einzigen Drop Kabbala geschrieben. Das ist vom Tisch und wenn ihr immer noch glaubt, dass Cue Kabbala exponiert, dann überlegt doch mal, wieso das Kabbala mit Cue geschrieben ist und nicht mit C. Ja, eben. Es ist die Armee vom Teilen und Herrschen. Und um auch zu wissen, wieso das Ganze eigentlich an Kabbala angehängt ist, weil dahinter ist da eine Sekte, ja, also kommt nicht mit antisemitischem Bullshit, das ist eine Sekte und repräsentiert überhaupt die Juden überhaupt nicht. Die heisst die Schabad-Lubavitsch-Sekte, ja, und eben auch, solltet ihr vielleicht mal reinschauen, was die Erfindung von den Juden ist bei Schlobow am Sand. Und das ist auch nicht einfach ein YouTuber, sondern Schlobow am Sand ist Professor an der Geschichte an der Tel Aviv-Universität. Und der ist auch nicht gefeuert worden, sondern hat einen Bestseller mit diesem Buch. Also schaut einfach mal rein, was wirklich da abgeht. Und eben, das ist dieser Guru. Und es ist, er ist ein Guru, ja, also ich, ihr könnt da selber mal reinschauen, was da wirklich abgeht. Und nur, um zu zeigen, dass das einfach nicht nur auf Wikipedia passiert, sondern auch auf New York Times, wo es sagt, Man in Black, 2003, The Rabbi Army. Ja, schaut doch selber mal rein, es ist ein Buch. Und da steht es auch, wie die Lubavitsch-Sekte, ja. Außer nicht, das hat nichts mit Juden im Generellen zu tun. Und darum eben auch Infiltration instead Invasion, sagt Q, ja. Und das ist eben genau solche Armeesachen, die diese Sekte eben will. Und nur zum zeigen hier, dass Trump auch mit dabei ist, ja. Und das über den Jarrett und Trump auch. Und, ja, also wenn man das Gesicht vom, der ist selten eingeschüchtert, ja. Und das ganze Ziel ist eben, wieder den Tempel von Salomon aufzubauen. Werde nachher ein bisschen weiter reingehen, nachher. Aber eigentlich sollte man eben nur schon merken, dass Kabbalah mit Q geschrieben ist. Und darum, das haben die meisten ja gar nicht selber nachgeschaut, ja. Aber Q ist die 8, ja, nicht die 17, ja. Und repräsentiert Saturn, Satan, Evil. Und das kann ich euch hier gerade zeigen. Das sind die Nummern mit dem, in der Kabbalah, ja. 8, Saturn. Und eben Saturn, the Black Cube, Black Rock. Alle Religionen sind auf das aufgebaut. Da werde ich nochmal dazukommen, ja. Die neuen Computer, Quantum Q Computer. Könnte ja sein, dass Q einfach eine AI ist, ja. Und eben Quantum und so weiter, ja. Das hat alles miteinander zu tun. The Black Cube of Saturn. Und jetzt kommen wir da nur noch zu einem Zwischending da mit dem Punisher, wo er da überall gepostet hat. Und dass die Leute wirklich auch wissen, was das ist. Das sind die Polizisten, die in Frankreich alle gelben Westen zusammengeschlagen haben. Und die haben das auf ihrem Stock, die haben das auf ihrer Waffe. Und die haben eben ihr Ding, wo sie sagen, der Gott richtet unsere Feinde. Und wir organisieren die Zusammenkunft. Das sind diese Bullen, die die Q unterstützt, ja. Das sind die, die dann irgendwie von den Leuten die Kinder wegnehmen, ja. Und das sind eben nicht, die werden nicht irgendwie, die, sie hoffen wie Hillary Clinton oder so, werden sie Punisher, nein, 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 nein. Das ist eben, und solchen Mist zu unterstützen, nicht zu merken, nicht mal zu wissen, was da wirklich dahinter ist und das einfach. Aber Q gibt ja immer wieder, immer. Er sagt ja immer wieder genau, was wirklich abgeht, ja. Nur mit jedem Q ist es eben, seid ihr in der Kabbalah, seid ihr bei Saturn, seid ihr in dem ganzen Ding. Wir werden noch sehen, was das in der Kabbalah wirklich bedeutet, ja. Aber eben von dem Cube kann man auch das Kreuz machen. Und der ist ja eben überall, ja, im Islam, in jeder Religion und so weiter. Aber da zum gerade reinschauen, was das wirklich bedeutet. Das 8 in der Sefirot von Kabbalah. Hod o Ave, ja. Ich komme da noch ein bisschen höher nachher. Hod soll die Sphäre sein, in der der Zauberer hauptsächlich arbeiten. Okay, das ist das 8, das Q, ja. Ave, Erfurcht. Angst, Terror, grosse Erfurcht. Erfurcht wurde durch Gefühl von Angst, Bedrohung, Verlässlichkeit, Zerbrechlichkeit und Respekt von der Natur, schauen wir das gleich nochmal an, definiert als die gewaltig, mächtige und mysteriös empfunden wird. Leben ist nicht mysteriös, ja. Das ist, wenn man irgendein Bullshit aus der Natur macht. Und wenn man Natur nennt, was sind wir denn? Sind wir irgendwie Computer oder irgendwie vom Laborator? Sind wir nicht von der Natur? Das ist eben genau der Mist, der bei solchen Dingen passiert. Er ist der Erhaben in Bezug auf Erbärung, die Leere, die Dunkelheit, die Einsamkeit und die Stille. Das ist was genau das 8 in der Kabbalah bedeutet. Und die Qs sind eben schlimmer als die Corona-Zombies, ja. Weil die Corona-Zombies, die merken, die kann man wenigstens aufwachen mal zu einer Realität, aber dann kommen dann alle wieder diese Q-Zombies und dann überschlagen sie, nee, Gott wird uns helfen, Jesus wird, Trump, Q, bla 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 bla. Und in jedem Video, ich sehe das überall und das ist wirklich, jetzt müssen Leute einfach mal Argumente haben, um diese ganze Kult mal zusammen, denen mal wirklich diese Argumente zu zerschlagen. Und irgendwie zu denken, dass der Trump oder so irgendetwas helfen wird. Und dass sie den Leuten vor allem, dann sollen sie nichts sagen. Sollen sie ihre Rituale alleine zu Hause machen, können ja ihre Fahne mit, where we go, die ganze Zeit waven. Aber die müssen nicht, wenn das ja wirklich passiert. Wieso müssen denn die, wie ihr Witness Jehova kommen, von jedem zu jedem Türe und denen sagen, dass sie jetzt das machen wollen. Aber so sind sie eben trainiert, um das geht es genau. Weil nochmal zurück zu dem Rabbi, die wollen, dass so viele Leute wie möglich mitmachen, um irgendetwas eben in der Kabbalah oder so mitzumachen, dass der Tempel dann auch passiert, errichtet werden kann. Kommen wir nochmal auf das zurück. Aber das ist genau das, was eben passiert. Die wollen einfach wirklich jetzt das Ganze zum Chaos bringen. Und das ist eben, um den neuen Weltorten dann wirklich zu implementieren. Also Q, die sind wirklich blinde Anhänger, ohne Fakten, Argumente und immens mangelnden Bewusstsein für Geschichte, Geschichte im Generellen. Kabbalah, Symbolik, Okkult, Satanismus und geopolitische Puppenspiel. Erkennen sie nichts. Die haben wirklich das Gefühl, dass Trump irgendwie eine Position im System hätte und etwas sagen könnte. Das ist total Bullshit. Die haben ja nicht mitbekommen, wie das ganze Ding funktioniert. Und es ist eben Ablenkungstechnik, um die neuen Weltorten zu implementieren. Platz zu lassen, dass alle Kritik einfach durch diese Q-Zombies quasi einfach überrennt werden. Also Anogramm, Anon ist auch Nano, wie schon gesehen im Q-Quantum. Eben ob es Q nicht einfach eine AI ist, die sich mit euch jetzt irgendwie einfach lustig macht. Kabbalah, nicht ein einziges Mal erwähnt. Sagt nichts über was Kabbalah wirklich ist. Nichts über Jesuiten, nichts über Freimaurer, nichts über eben diese Schabbat-Sekte. Ist reine religiöse, satanische Vertreter-Scheiße. Und das müsste halt selber alles damit kommen. Also ihr könnt es ja selber nachprüfen und nachschauen. Aber ist 100% Kult, hat ein Führer, Mitglieder und hat ein Ziel, zum eben quasi hier zum Ding zu kommen. Aber gehen wir weiter hier, Trump. Kann ein Milliardär ein guter Typ sein? Einfache Frage. Wie kommt er zu Milliarden? Einfach, weil er gut mit den Leuten ist? Weil er gutes Business macht? Nein, das hat er doch den Leuten weggenommen. Ja, also kann er, das ist doch eine total, ein Widerspruch, direkter Widerspruch. Präsident der US-Corporation und nicht Amerika. Ja, das habe ich auch schon in meinen Videos gezeigt, dass wenn die den Schwur machen, um eben Amerika zu dienen, nennen sie nicht ein einziges Mal Amerika. Schaut euch den Schwur an von jedem Präsident in Amerika. Das ist ja wie mit Merkel, ja. Merkel, die arbeitet ja nicht für das Volk, sondern für das Interesse vom Staat. Naja, einfach aufwachen. Das ist beim Trump genau das Gleiche. Er ist ein Staatsoberhaupt, aber nicht der Leiter der Staaten. Darum kann er auch eben nichts sagen. Und er möchte ja wieder auftun, aber er kann nicht auftun, weil er eben keine Macht hat. Und juristisch hat er überhaupt keine Macht über Amerika und auch nicht einmal über die Staaten. Die Gouverneure sind ja über Trump. Die können entscheiden, was sie machen. Einfach wenn es um Business geht, dann geht es über Trump. Aber alle Entscheidungen, rechtliche Lagen oder so, machen die Staaten selber. Trump, auch die Menschen, sollten auf Technologie vertrauen, um die grossen Probleme zu lösen. Das ist genau das am Weltwirtschaftsforum letztes Jahr, hat er es gesagt. Am gleichen Ding, das ist das Video, das ich rausgegeben habe, um zu zeigen, was der Plan der neuen Weltordnung ist. Er ist total drin. Keiner kann etwas dagegen sagen. Bill Gates. Trump, super interessiert an der Verfolgung eines universellen Grippenimpfstoff. Das könnt ihr selber nachschauen. Auch noch über Impfung. Ich bin nicht zu vielversprechend. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Aber was auch immer das Maximum ist, was auch immer sie menschlich tun können, sie werden es haben. Ich hoffe, wir werden einen Impfstoff haben und wir werden es tun, um es zu beschleunigen, wie sie es noch nie gesehen haben. Ja, also er will ja wie der Number One Amerika sein und alle den Impfstoff ergeben. Also einfach mal merken, was da wirklich passiert. Und, äh, die sind doch alle Freunde. Alle im gleichen Club. Machen alle gleiche mit. Und hier haben wir den ersten Drop von Q. Hillary Clinton will be arrested am 30. Oktober 2017. Das ist der erste Drop, der Q erstmal gemacht hat und Hillary Clinton. Dann noch weiter. Alle Passporte sind, äh, approved flagged. Das heisst, die sind nicht mehr ungültig. Sie könnte also nicht mehr reisen. Also ihre Passporte, äh, würde nicht gehen. Aber Hillary Clinton macht einen Trip nach India. 2018. Wacht doch einfach mal auf. Die sind doch einfach im gleichen Club. Ja. Das ist doch genau, was die Kirche eben macht, ja. Immer auf beiden Seiten spielen. Das ist doch genau das, was das hintere System läuft, ja. Ist wie, äh, Hitler und Stalin, wurden beide von, äh, Wall Street finanziert. Ja. Immer, auch immer, die spielen immer auf beiden Seiten, egal, wer dann gewinnt. Sie haben einfach genau, und es geht ja nur darum, um zu sagen, wer irgendwie der Grösse hat, äh, oder kleiner, oder keiner, ja. Das ist, äh, das ist genau das, was drum geht. Und Trump ist Best Friend mit Epstein, ja. Sogar, äh, Epstein hat sogar gesagt, dass seine angebliche Frau, äh, von ihm präsentiert worden ist. Gute Freunde, seit langem, ja. Haben viele Partys miteinander gemacht. Trump nimmt sogar den, äh, äh, Anwalt von Epstein. Epstein, äh, erstes, ähm, äh, Opfer sagt, dass sie, äh, zu Donald Trump, äh, präsentiert wurde, als sie 14 war. Und der Pädophile sagte, äh, sie ist, ähm, sie ist eine gute. Ja. Soll sich jeder mal selber seine Gedanken machen. Was Trump listet in Epsteins Black Book, ja. Ja, also das ist das Buch von Epstein. Äh, und da findet man Trump sehr viele Mal, wo er auf seine Insel gegangen ist. Und da haben wir auf, äh, auf der gleichen Insel, äh, mit Prinz Andrew, ja. Und die haben wir alle zusammen. Epstein, Giselle, Andrew, und Epstein mit Trump, äh, mit, äh, mit Bill Gates. Bill Gates said Trump asked him to be science advisor. wissenschaftlicher, äh, Berater für Trump, ja. Trump says he is in charge of fast-track work, produce Corona, äh, er will eine schnelle Verfahren für das Corona-Vaccine, ja. Trump, äh, macht, äh, gibt Millionen für Quantum-Internet in den USA. Und hier haben wir den, äh, Fauci, ja, das ist ein Jesuit. Wie ich schon gesagt habe, ja. Ein Jesuit, ja. Und, äh, die Leute sagen, ja, die sind nicht einverstanden, aber wieso, wieso ist der denn immer noch da? Weil der eben vor Trump da ist, ja. Und dass eben das Ganze anders abläuft, als die Leute denken, Trump hat überhaupt nichts zu sagen. Und hier haben wir hier den, den Boss von CNN, Fake News CNN, ja. Ja, Great Move by CNN. Super, dass, äh, CNN, äh, ihn angestellt hat, ja. Ist ein guter Freund von ihm, ja. Machen Party zusammen. Das ist der Boss von CNN. Ja. Die sind doch alle, alle Freunde miteinander. Und eben hier die, diese Schabbat, äh, Organisation, die sich bei jedem, äh, äh, Präsidenten findet, ja. Und eben, kein Präsident kann ohne IPAC, äh, gewählt werden. Und dahinter ist auch jetzt da der, eben den Jared, der, äh, seine Tochter, angebliche Tochter, äh, geheiratet hat. Und, ähm, Charles, äh, ist der Vater von Jared. Äh, und der hat eben so ziemlich viele, äh, wenn wir auch sehen, wer er noch sonst finanziert. Und eben, der hat auch sonst noch, äh, ziemlich viele Sachen. Aber diese Gruppen empfindet sich mit allen Präsidenten, äh, jedes Mal, wenn sie neu, äh, gewählt werden. Überall, äh, sind die dabei. Und hier haben wir Charles Kushner, Donate for Hillary Clinton. Die, die, die bezahlen immer beide Seiten. Und eben den Jared hat da dieses Haus gekauft, äh, 66, 666, Fifth Avenue, New York, wo eben auch der, äh, RFID-Chip, äh, äh, bei Lucent Technology gemacht wird. Wieder so ein Zufall, ja. Äh, und die haben jetzt da das, ähm, ähm, das war, das war Q. Hanen, wo, äh, wo zitiert, äh, Aledas Hoxley, A beautiful, brave, new world lies ahead. Das ist, was die wollen, ja. Ja, und jetzt können wir mal sagen, was, äh, der wirklich sagt, äh, Aledas Hoxley wirklich gesagt hat, die perfekte Diktatur wird wie eine Demokratie aussehen, ein Gefängnis ohne Mauer, in dem Gefangene niemals davon träumen zu fliehen. Ein System der Sklaverei, in dem Sklaven dank Konsum und Spaß ihre Sklaverei lieben werden. Und das ist genau das, was eben diese Q wollen, ja. Die, 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 die wollen ja, dass Trump der neue Leader von dem neuen Ding sehen hat. Und die werden dann einverstanden sein mit alles, äh, was eben, äh, kommen wird. Ähm, ah ja, noch schnell zurück, nochmal zu dem, ähm, äh, zu dem Kult. Also die, äh, die, 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 die wollen wirklich quasi, äh, müsst ihr euch mal anschauen, was die wirklich wollen mit den ganzen, äh, Armeer, die da überall verteilt ist. Die wollen, ähm, ihre Idee ist, also da weiß jetzt vom, also weil eben nichts, was eigentlich vorgeschrieben wird, aber wirklich passiert. Die wollen nicht auf Gott warten, dass er wirklich diese Sache, äh, macht. Darum nehmen sie das ganze Sache selber in die Hand. Ja, wollen sie jetzt also alles, was dort eben scheinbar vorgesagt wird, oder so, wollen sie jetzt wirklich selber machen. Ja, also es geht nicht darum mehr, das ist nicht mal mehr Religion, ja. Das ist ja, das ist ja, das ist anders, da ist mehr Motivation dahinter, als nur irgendetwas zu beten, äh, oder zu Gott zu beten. Das grosse Erwachen, auch was der MDQ, äh, so, äh, präsentieren, äh, ein religiöses Wiederbeleben, ja, religiöses Wiederbeleben, das ist, was das ist, ja, Great Awakening, äh, im 17. Jahrhundert, Protestanten und Katholiken und als Evangelismus, ja, der England. Könnt ihr selber nachschauen, ist auf Britannica, Event Great Awakening. Äh, weiter, äh, hat der Q so ein, äh, ein Video gepostet, über ein wirklich, äh, äh, ihr müsst, hört einfach mal rein. Dem sagen sie Heilungsmusik, ja, ohne Witz, ja, der sagt, das ist Heilungsmusik, und, ähm, bei, above, dem beyond, ja, das ist ja satanisch wie, wie alles, und da hatte das, das Ding, und hier sagt es Harvest Cornfield, ja, ist das Bild, was er mit diesem Video gemacht hat, und das, äh, das heißt, ja, ja, ernten, ja, jetzt ernten wir, ja, und wenn sie das solche Sachen, das ist genau so, solche New Age Bullshit, Kabbalistik, äh, Stuff, um eben wirklich zu glauben, dass jetzt die Rettung dann kommen wird, ja, äh, und eben, äh, alles, was, äh, von was sie wirklich gerettet worden sind, sind, ist eben, kritisches Denken, ja, die können nicht mehr selber denken, und auch dieses Video Out of Shadow, äh, wo Hollywood, Hollywood exponiert, durch einen Hollywood-Film, und der hat über 10 Millionen Views, und ist immer noch da, und mein Video wird nicht mal bei 100.000 schon weggenommen, einfach mal überlegen, was da wirklich dahinter ist, ja, aber die Schlange zieht sich immer mehr zu, äh, und eben, wir wollen nicht alle dorthin gehen, ja, die können das auch nicht für uns jetzt, da probieren, jetzt irgendwie zu imposieren, darum ist es wichtig, dass die Leute jetzt auch die Argumente haben, macht euch eure selben eigene Recherchen, und bringt die Fakten jedes Mal, wenn die kommen, und mit irgendwelchen Dingen oder so, zeigt ihnen, äh, was wirklich abgeht, ja, ähm, aber die vertrauen blind einfach den Plan, und gehen auch wo immer, äh, sie wollen, ja, wir können nicht aufgeben, und müssen weitermachen, und die Sache exponieren, auch wenn eben solche Kult, religiöse Kultmitglieder kommen, und probieren irgendwie alles, ähm, zu zerstören, was man nicht, äh, die Leute erwachen, ja, auf jeden Fall, aber sie wissen nicht genau zu was, und darum ist jetzt eben genau diese, diese QAnon-Bewegung ist genau da, um eben sie zu, ähm, abzulenken, und, äh, nicht zu merken, was wirklich passiert, und zu hoffen, dass irgendwie jemand uns hier mal, äh, retten wird, aber das ist voll kabbalistisch, und, äh, einfach mal selber nachdenken, für die, äh, QAnon-Freaks, die, die das bis hierher geschafft haben, dem Video, äh, macht euch eigene Gedanken, wieso, dass ihr da überhaupt jemand folgt, anstatt irgendwie eben Verantwortung zu übernehmen, und den anderen, ähm, lasst euch nicht von diesen Kabbalisten, äh, manipulieren. Danke fürs Zuschauen, und bis dann. viel mehr draußen versuchts nach außen wird, dass ihr das überminil macht, dassいう die, 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 die ge Schulz explicarlah somit silly ist. Wir können